Verneinung. Verneinung bedeutet Negation, Verneinung bedeutet Dementierung, auch Verweigerung, Rückweisung, Weigerung und Zurückweisung. Verneinung ist das Gegenteil von Bejahung. Auf gewisse Weise kann man sagen, dass die Vedanta-Philosophie die Existenz dieser Welt verneint. Manchmal wird deshalb die Vedanta-Philosophie auch als nihilistische Philosophie bezeichnet. Sie verneint die Existenz dieses Universums. Aber in Wahrheit ist es eine sehr bejahrende Philosophie. Denn Vedanta sagt, es gibt nur Brahman und alles, was du siehst, ist eine Manifestation von Brahman. Du kannst in allem das Göttliche erfahren und erkennen.